Herzlich Willkommen. Im letzten Video haben wir einen ganz einfachen HTTP-Client geschrieben, indem wir einen TCP-Socket programmiert haben auf Client-Seite. In diesem Video bauen wir nun einen Server mit TCP-Sockets in Java und ich zeige Ihnen, wie Sie mit Telnet einen Client bauen können, um dann auf Ihren selbstgemachten TCP-Socket-Server zuzugreifen. Also Client-Server-Architektur, vielleicht ganz kurz nur, dass wir das auch klargezogen haben. Eine Client-Server-Architektur lebt davon, dass es aktive Clients gibt. Das habe ich in dem letzten Video vorgeführt. Wir haben ein einfaches Java-Programm geschrieben, was sich eine Webseite von dem Rosenheimer Web-Server geholt hat. Also der Client, das ist der Benutzer davor, der drückt Knöpfe, der macht Touch-Gesten und der Teil, also der Client ist aktiv. Der Server ist dagegen passiv, also das heißt, der wartet darauf, dass sich ein Client meldet. Das heißt, irgendwo im Server muss eine Endlesschleife drin sein oder irgendwas anderes, wo ein Warten stattfindet darauf, dass sich der nächste Client verbindet. Solche Server sitzen häufig zentral, werden betrieben in der Cloud, im Rechenzentrum und vor diesen Servern gibt es normalerweise relativ wenige und von den Clients normalerweise relativ viele. Also normalerweise gibt es viel mehr Clients, als es Server gibt. Deswegen ist der Server meistens multithreaded. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an, was passiert, wenn man den Server nicht multithreaded macht. Das kommt dann im nächsten Video. Insgesamt kann man sich also die Verarbeitung dann so vorstellen wie in der Grafik. Der Client verarbeitet irgendwas vor sich hin, schickt ein Request an Server. Der Client ist dann blockiert, solange bis der Server antwortet und eine Antwort zurückschickt. Da kann der Client weiterarbeiten. Das klassisches Request-Reply oder Request-Response-Szenario. So, und das programmieren wir jetzt in Java. Wir bauen also einen Socket-Server. Das machen wir mit dem Standard-Beispiel. Das ist schon recht alt. Socket stammt wahrscheinlich von dem Kai Horstmann, der hat so ein ganz berühmtes Buch über Java geschrieben. Und zwar schreiben wir einfach einen Server, der sich wie ein Echo benimmt. So, was brauchen wir für einen Server? Die Standard-Abstraktion bei Sockets ist die Klasse Sockets-Server. Server-Socket. Das heißt, Sie sehen auch da, das kommt wieder aus dem Java.net-Paket, ähnlich wie der Socket selbst. Server-Socket. 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 So, was müssen wir dem jetzt als Parameter, Konstruktor-Parameter mitgeben? Wir brauchen mindestens einen Port. Ich nehme mal 1024. Das ist ja eine schöne Zahl. Und zwar, das ist sozusagen der Port, den er vor Betriebssystemen anfordert. Und mit dem Port und der IP-Adresse des Servers können sich dann Clients verbinden. Das heißt also, den Port brauche ich zwingend, um eine Verbindung zu diesem speziellen Server-Socket aufzubauen. Das war Schritt 1. Jetzt habe ich quasi so einen Server am Laufen. Jetzt muss ich warten, bis sich jemand verbindet. Also muss ich jetzt irgendwie dieses Warten implementieren. Ich sage hier Server Punkt. Und dann gibt es eine Methode, die nennt sich Accept beim Server-Socket. Das ist eine blockierende Methode. Die Methode, also wird wartet so lange, bis ein Client sich verbindet. Sie haben es hier schon an dem API gesehen. Das heißt, der gibt ein Socket zurück. Und genau den nehmen wir dann her. So gut. Client ist gleich. Server Accept. Das heißt, man könnte das so vergleichen, vielleicht mit einem Telefonhörer. Das heißt, wenn jemand anruft, dann hebe ich hier den Hörer ab und der Hörer ist sozusagen so ein bisschen dargestellt. Das ist ein Socket-Objekt. Das heißt, das ist sozusagen ein Endpunkt, den ich jetzt hier anprogrammieren kann, um zu kommunizieren. Jetzt müssen wir sozusagen Daten reinlesen und rausschreiben aus dem Socket. Ich mache das jetzt mal explizit. Das ist im letzten Video ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen machen wir es nochmal explizit. Ich mache hier mal Input-Stream. Das sind jetzt die Daten, die vom Client kommen, die ich da rauslesen will, die der mir schickt. Ich nenne das mal from Client. Stream gleich Client.getInputStream. Also Sie sehen, es ist das gleiche API wie das, was wir gerade auch schon anprogrammiert haben. Also hier wieder verbindungsorientiertes Verhalten von den TCP-basierten Sockets. Ich arbeite über Streams und da kann ich kontinuierlich Daten reinschreiben und die rauslesen. Und die Abstraktion, die ich da verwende, sind die ganz alten, in Java schon lange vorhanden Streams. Also Input- und Output-Stream. Da die etwas sperrig zu programmieren sind, veredle ich die jetzt so ein bisschen. Ich verwende jetzt in meinen Beispielen eigentlich immer den Scanner, um Daten rauszulesen. From Client gleich New Scanner from ClientStream. Und ich verwende PrintStream. Also das ist dasselbe wie die Konsolenausgabe. Also Syster.out verwende ich auch ein PrintStream. PrintStream to Client to Client to Client. So. Jetzt haben wir sozusagen zwei sehr schöne Objekte zur Verfügung, wo wir Daten von Client lesen und schreiben können. Und das heißt, ich kann jetzt tatsächlich einfach mit, quasi wie auf der Konsole, dem Client jetzt was schicken. Ich schreibe hier mal to Client PrintLine PrintLine Hello I BIMS als Server. Und jetzt kann ich anfangen, Daten von dem zu erfragen. Wir wollen Echo-Verhalten haben, also nehme ich, lese ich die Zeile vom Client aus und schreibe die Zeile mit irgendeinem Hinweis wieder zurück. Das heißt, wir machen mal folgendes String NextLine To Client. PrintLine Echo Plus Zeile. So. Und jetzt haben wir eine Zeile gelesen und geschrieben. Da der jetzt ja kontinuierlich arbeiten soll, machen wir vielleicht, machen wir vielleicht gleich eine While-Schleife drumherum. While from Client Punkt is mixed. Dann soll er die Zeile lesen, das ist vielleicht leichter. So. Und jetzt machen wir das zeilenweise. Vielleicht bauen wir gleich ein Abbruch-Kriterium ein, dass wir das beenden können. if Zeile Punkt equals exit. So. Jetzt können wir rausspringen. So, das war es jetzt eigentlich. Jetzt haben wir im Prinzip einen wunderbaren Echo-Server programmiert. Da kann sich einmalig ein Client anmelden und dann kann ich mit dem reden. Jetzt beschwert sich die Entwicklungsumgebung natürlich noch über diverseste Probleme. Gucken wir mal kurz, was ihm da nicht gefällt. Das sind wahrscheinlich alles nicht behandelte Exceptions. Da machen wir einfach, um die Fehlerbehandlung unter unserer eigenen Kontrolle zu haben, wieder drei Catch drumherum. Brauchen wir nachher sowieso wegen des Ressourcen-Managements. Sie sehen hier noch, das Ressourcen-Management ist noch ganz schlecht, weil wir den Socket noch nicht schließen. Aber das repariere ich erst nach der Demo, um jetzt Zeit zu sparen. So, also das ist unser Serverprogramm. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Client. Da bohre ich jetzt mal ein dünnes Brett und starte erstmal den Server. Das heißt, ich sage jetzt hier, starte den Server. So, jetzt läuft der Server. Wir sehen bloß nichts, weil ich hier natürlich schlauerweise keine Konsolenausgabe eingebaut habe. Aber vielleicht glauben Sie mir, dass der Kontrollfluss jetzt genau bei diesem Server-Accept steckt. Das heißt, die Methode blockiert. Jetzt wartet ihr darauf, dass sich jemand verbindet. Nur, wie kriegen wir das jetzt hin? Also ich könnte jetzt ein Java-Programm schreiben. Das IntelliJ. Aber Sie haben, so wie man Client schreibt, haben Sie im Grunde ja schon gesehen. Anhand des Beispieles mit dem Webserver-Aufruf. Ich zeige Ihnen jetzt mal so ein ganz dünnes Brett, was man machen kann. Ich verwende ein Telnet, um mich damit zu verbinden. Ich habe hier eine Telnet-Implementierung auf der Maschine. Putty. Der bietet ja mehrere Sachen an. Also ich starte hier ein Putty auf meiner Maschine. Und der bietet mir hier verschiedene Protokolle an. Wichtig an der Stelle ist, dass ich Telnet auswähle. Dann habe ich hier den Port gewählt. Sie sehen es hier 1024.1024. Ich könnte jetzt natürlich hier entweder die IP-Adresse dieser Maschine eintragen. Ich mache es mir jetzt einfach und nehme einfach den Localhost. Localhost oder 127.001 wäre auch möglich. Und dann versuche ich mich mit dem zu verbinden. Und das ist das Gute an so einem Video. Ich drücke hier mal Open und ich schaue mal, was passiert. So. Erstens. Jetzt haben Sie hier tatsächlich ein Hallo iBims 1 Server. Von. Ich zeige mal den Code, der jetzt ausgeführt wird. Jetzt noch mal das Putty dazu. Das heißt, der hat mir jetzt tatsächlich über diese Streams ein Hallo iBims 1 Server geschickt. So. Also Hallo iBims 1 Server. Das heißt, jetzt würde ich erwarten, wenn ich etwas eingebe, kriege ich Echo und dieselbe Zeile zurück. Hallo. Ich bin's der Gerd. Tag auch. Also funktioniert so halbwegs. Also Sie sehen tatsächlich, dass ich in der Telnet-Session tatsächlich Daten zurückkriege. Jetzt hoffe ich mal, dass er sich auch beendet. Exit. Das mag er nicht. Immerhin. Das heißt, jetzt ist also die Verbindung abgebrochen worden und auch mein Server ist terminiert. So. Und Sie haben jetzt gesehen, also jetzt haben wir tatsächlich mit wenig Aufwand einen Server programmiert. Und der Server arbeitet jetzt natürlich noch im Single Threaded Modus. Das heißt, der kann nur einen einzigen Client verarbeiten. Das müssen wir noch ändern. Und ich muss ihn noch so ein bisschen aufmörteln, dass ihr ein paar mehr Sachen ausgibt. Aber das würde ich jetzt im nächsten Video zeigen zum Thema Multi-Threaded Server. So. So.